Naja, wenigstens mehr Schmutz hier. Die Kader können wir später mal wieder neu machen. Okay... Ich muss sagen, die Creeper, die haben Spaß bei mir. Komm, da töten wir hinten die Kuh, da haben wir wenigstens, ja, bisschen was zum Essen. Wie kann man eigentlich... Wie kann man eigentlich Essen zubereiten? Steck mal Kohle in den Ofen und fressen. Dann kriegt man irgendwas schönes, warmes raus. Tut mir leid, meine kleine Kuh. Ach nee, da kriegt man ja nur Leder. Was soll ich mit Leder? Na, mein kleines Schweinchen, dann komm mal her. Oh, hast du nix für mich? Wie kann man denn da aus dem was rauskriegen? Und mit nem Schwärtschen? Haaa... Na, mein kleiner... ...klein Ringelschwanz. Okay... Manche haben ja gar nichts für uns. Hallo? Geh doch nicht weg, ich will doch nichts von dir, ich will nur das Fleisch. Oh, wer das jetzt nicht kennt, das müsste, glaub ich, Fuck Christ sein. Fuck Christ 2. Don't crack. So, das ist meine Playlist für Minecraft. Jetzt hab ich mal einen zusammengestellt. Haaa... Ey, ich hör doch an, als ob ein Creeper grad gleich explodiert. Hört mal. Ja, ein bisschen hörtsch das schon an. Äh... Ich brauch mein Holz. Mein Holz. Mein fliegendes Holzchen und... M vídeo. Eeeeee... Nein, ööe... So gehört das. Richtig r convolt hier. Mal weiter bauen und dann ist nochmal Glücklich. Glücklich. Und das auch noch. Ich ernt ihren Baum... Ja, ich flücke den Baum das Holz ab, ja. Ich habe die Probleme damit. So, jetzt machen wir jetzt mal hier einen Krater rein, noch einen Krater rein, noch einen Krater rein und dann haben wir einen Krater. Ne, da haben wir kein Krater, da haben wir Holz. Holz, 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 ganz viel Holz. Hm. Okay, dann sind wir eigentlich fertig mit dem Holzwein, ne? Was ist das? Ist das Leder? Was ist das? Kann das leben? Was ist das? Kannenpowder. Achso, ich will... Kannenpowder. Ach, Schießpulver. Aber überlegen wir nicht, ne? Aber das müsste Schießpulver sein. Vielleicht hat man in Englisch gehört, Schießpulver, aber ich denke mal, das ist jetzt Schießpulver. Kannenpowder. Ja. Oh, es geht nie wieder ab. Oh, die Musik, die ist ganz johls und gleichzeitig afrikanisch. Ach, genial. Wenn die Musik rum ist, machen wir erstmal auf mit dem Let's Play. Kann sein, dass ein Part auf, was für zwei Minuten wird und wir uns das sehen. Hm, ja, komm. Ich weiß ja überhaupt nicht, wie lange ich das aufgenommen habe. Ich mache auch überhaupt keine Stoppuhr an, auch wenn ich da unten eigentlich gucken könnte. Kaputt. Mach kaputt. Was mich kaputt macht, aber es macht mich nicht kaputt, deswegen... Hm, wie sieht der ein Schirm aus mit der Sonne? Oh. Das ist ja mal... Irgendwie kommt so vor, dass es irgendwie immer länger heller bleibt oder... ...dunschler wird. Irgendwie ist die Dunkelheit aber immer schneller vorbei, als es hell wird. Hö, hö. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das reicht mal mit dem Holz, oder? Naja, ob das reicht, bin wir uns nicht hundertprozentig sicher. Was ist das jetzt? Heavy Rain, Heavy Rain Soundtrack. Das hören wir doch auch gern. Und? Ich dachte gerade, dass jemand... Oh, ist das unterschrocken. Warte mal, da fehlt doch eindeutig was. Sag mal. Habe da jemand meine Fackel geklaut? Da klaut mir jemand... ...ne Fackel. Ha? Sag ich euch. Und? Rein da in die Bude und ein bisschen Dach noch ausbauen. Und? Und wo haben wir hier unsere Holzchen? Ja, klick, 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 klick. Haben wir schon mal 64? Haben wir noch mal 64 raus etwa? Wow. Passt genau. So. Machen wir zusammen. So, als wir langes Helles brauchen wir auch keine Fackeln. Das wäre ein bisschen, aber nur ein kleines bisschen Sinn los. So, du bist jetzt eigentlich ganz, ganz okay aus, würde ich meinen. Sag ich jetzt einfach so mal, damit ich nicht so bescheuert rüberkomme. Ja. 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 Wenn man so nimmt, die Display reden eigentlich die ganze Zeit mit sich selber. Hätte man gerade noch so auf. Manche denken, ich habe bestimmt einen Radag. Also, deswegen ist das kurze Nebeneinsätze, die ganze Selbstgespräch. Das kommt ein bisschen komisch. Nein, wie machen wir das jetzt hier? Warte, machen wir hier so. Äh, machen wir das jetzt? Das wäre ein bisschen falsch, ne? Das soll ich jetzt noch so wieder abmachen. So, Fall runter. So, wir müssen hier noch. Von hier machen wir drücken mal in die Taste hier, damit wir nicht runterfallen können. Ja. Da hätte ich das auch schon bald zugebaut. Runter. Klick, klick, klick. Oh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, nö, das ist nicht schlimm. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Ach, zur Notbarung, setzen wir so ein kleines Ding hier hin. Wo ist es? Ach, ne, wir lassen es erst mal so. Wir können später noch irgendwas hinbauen. Ähm, ja. Äh, so. Jetzt war das auch schon. Machen wir erst mal hier so was. Wir werden gleich wissen, wieso. Geht ein bisschen schneller. Oh, ein bisschen runterfallen, habe ich das Teil hinter mir. Ja. Oh. Ah, wieder Winnie ein bisschen doof. Ups. Boah, die Musik, sie macht ja richtig, ja, wuschisch. He he he. Ähm. Ja, ja, ja. Bam, bam. Ähm. Machen wir hier noch so was hin. Hier. 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 Das bauen wir erst mal hier weg. In der Welt von Minecraft. Sag mal, jetzt noch mal Happy Rain. Immer noch. Sag mal, haben wir jetzt irgendwie zu tief gebaut. Ach, wir machen das einfach am Ende noch schnell. Oh. Moment. So, machen wir normal. Normal würde ich hier haben, oder? Ist das normal? Muss ja normal sein. Oh. Wie sieht das ja eigentlich aus? Sie brauchen dann immer noch Holz. Wie sieht's eigentlich? Wir haben ja eigentlich einen Stöcker, haben wir ja. Okay, dann brauchen wir eigentlich Steine, aber dann auch. Und dann brauchen wir eigentlich kein Holz, um irgendwie solche Geräte zu bauen. Und dann brauchen wir das Haus hier auch bald fertig. Oh, ich nehme jetzt 16 Frames aus. 60. Ich hab gerade 16 gesagt. 60 Frames. Ich muss sagen, ich wüsste nicht, was ich gemacht habe. Ich lobe mich einfach mal selber. Oder ich flatsche mal für mich. Ähm.